So Leute, da sind wir schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich baue besondere Sandburgen. Wo das Ganze funktioniert, sehen wir hier schon auf der Minimap. Ich bin jetzt gerade nur mit mir liegen, weil hier, wo ich jetzt mit Gelb markiert habe, da standen ja schon Sandburgen. Ich fliege jetzt trotzdem mal zu dem Punkt hin, wo wir halt hin sollen, aber mir ist eigentlich nicht bekannt, dass man da Sandburgen bauen kann. Oder so haben sie im Spiel neu eingebaut und ich habe es damals nicht gesehen. Wir fliegen jetzt einfach mal gemeinsam hin. Wie gesagt, die Punkte sind ja auf der Map markiert. Ich weiß nicht, ob ich euch überhaupt ein Video darüber mache, aber vielleicht kann ich dem einen oder anderen doch noch helfen. Wenn ja, lass gerne ein Like da. Wenn du noch kein Abonnent bist, kannst du gerne natürlich auch ein Abo raushauen. Wir gucken jetzt einfach mal, ob hier jemand ist. Ich fliege natürlich schon mal nicht alleine hier hin, das war natürlich auch klar. So, jetzt ist es nur die Frage, wo sind hier die Sandburgen? Man hätte vielleicht auch mal kurz gucken. Ja, da ist schon mal eine Truhe, klasse. Er hat Angst, dass hier irgendeiner lootet. Wo sollen wir hier eine Sandburg bauen? Ach, hier, jetzt sehe ich es schon. Zack, Sandburg bauen. Zack, Sandburg bauen. Ah, der hinter mir ist ein Tick zu langsam. Und zack, da haben wir die drei Sandburgen gebaut. Ganz easy, ihr habt es gesehen. Ich weiß halt jetzt nicht, wie das ist, wenn einer die Sandburg gebaut hat. Ob er zum Beispiel jetzt auch die Sandburgen bauen konnte. Das kann ich euch nicht sagen. Aber ihr werdet es halt rausfinden. Kann sein, dass man nur eine Nase bauen kann. Aber ich hoffe natürlich für alle, dass man die Instant direkt alle bauen kann. Und ich hoffe, wie gesagt, ich konnte euch weiterhelfen. Und in dem Sinne sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein! Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.